Wo war ich stehen geblieben? Hässliche Wand ist hier noch. Ganz schnell muss sie terminiert werden. Brrr, pfuigack. So, okay, jetzt trinken könnte ich eigentlich noch schnell einen Schluck Trinkhallen. Einen Moment. Kaffee trinken. So, Dali. Irgendwie muss ich sagen, bin ich jetzt schon so ein bisschen froh, dass das Letzten so ein bisschen gefällt hat. Weil irgendwie finde ich das Haus jetzt schon viel schöner, als ich es halt das letztes Mal gehabt hatte. Ist ja auch irgendwie logisch. Ich meine, dieses Mal mache ich das halt selber. Im letzten Mal habe ich das dann einfach so gelassen und es war nicht so hübsch. Aber, ja, gefällt mir eigentlich echt richtig gut. So, Wände. Ja, kaufen, los. Wir haben ein Katzenklo. Wir haben zwei Katzenkörbchen. Wir haben einen Fress-, äh, Katzen-, äh, Katzennapf. Wir brauchen noch eine Spielzeugkiste. Ähm, hier. Die stellen wir da hin. Wir brauchen einen Kratzbaum. So eine, ups, so eine wäre schon schön. Äh, wir gucken, ob es reicht mit dem Geld. Wir brauchen noch ein Bücherregal. Und, oh Gott, wir brauchen so viel. Scheiße. Äh, nicht scheiße. Tut mir leid. Äh, wollte ich nicht sagen. Ähm, Unterhaltung. Wir brauchen sofort dann eine, eine Arbeit. Hier, das brauchen wir. Die stellen wir am besten hier so rein. Dann haben wir hier auch schon mal was. So, da in die Ecke. Ähm, wir brauchen einen Spiegel. Nein, Schränke. Guck, wie ich denn? Beleuchtung. Ich bin doch blöd. Ich bin doch blöd. So, äh, Spiegel. Ja. Dann nehmen wir Spiegel der Veränderung. Hässlich. Cookie, was kratzt du da schon wieder rum? Ist der schwarz? Das würde ja passen. Hallo, dreh dich. Bist du schwarz? Hallo, dreh dich. Bist du schwarz? Das ist irgendwie schön. Äh, gefällt mir nicht. Wir können nur den kaufen. Wir haben nämlich echt kein Geld. Ah, was nehmen wir denn da für einen? Ah, müssen wir den nehmen? So. Okay, und jetzt... Wir bräuchten noch ein... Eine Gitarre haben wir. Bücherregal. Ja, Bücherregal. Schränke. Unterhaltung. Ist das bei Unterhaltung drin? Sportartikel. Verschiedene Unterhaltung. Bei Schränken? Tatsache. Bücherregal. So. Geschmackvolle Literaturregal. Ah, das Weiße wäre hier auch ganz hübsch. Ist das weiß? Oder das da? Ähm. Stellen wir das doch mal hier hin. Oh, äh, nee. So passt das nicht so ganz. Hier. Okay. Bücherregal haben wir. Und... Hier. Was könnten wir noch? Könnten wir vielleicht noch ein Beistelltischchen... Was brauchen wir noch? Erstmal überlegen noch. Zu essen. Ah, ich glaube, wir heben erstmal das Geld auf. Falls ich was vergessen habe. Spielzeugkiste für die Tierchen. Fahrzeuge. Kinder. Deko. Beleuchtung. Unterhaltung. Elektronik. Ja, wir könnten gucken. Das würde ich noch vielleicht noch gerne gucken. Alle. Wie viel eine Alarmanlage kostet. Verschiedenes. Panikmacher. Was ist das? Multitab. Telefon. Wanduhr. Ups. Panikmacher. Was ist das? Äh. Aber hey. Ist das eine... Alarmanlage? Panikmacher? Oh hey. Was beschwert... Die Sirene wird dir vielleicht eines Tages das Leben halten. Wecker. Alarmanlage. Panikmacher. Ist das eine Alarmanlage? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ich kaufe das jetzt mal. Oder ist das Feuermelder? Es hängt sicherheitshalber mal über den Herd. Vielleicht ist es ja... Irgendeines von beiden wird es schon sein. So. Okay. Dann spielen wir jetzt mal. Tätig sagen. So. Ein bisschen hier runter. Und jetzt. Lustig. Cremasse schneiden. So. Los. Und du. Ups. Kätzchen. Ups. Geh mal hier hin und freundlich... Kontakt schnüpfen. Nein. Später. Geh weg. So. Wie viele haben wir denn? 18.32. Wirklich schön. Ich finde es hier ganz hübsch. Wo ist die Zeitung? Haben wir gar keine? Ich hätte gerne Zeitung. Das finde ich nicht gut. Ich will, dass die sich sofort einen Job suchen. Da muss doch irgendwo eine Zeitung liegen, oder? Haben die das im Inventar vielleicht? Die zwei Schlawinerinnen? So. Inventar. Sammeltagebuch. Äh. Ey. Wo ist die Zeitung? Das finde ich ja gar nicht gut. Na gut. Okay. Bedürfnisse. Ist sie wirklich... Äh. Arbeitslos. Okay. Weil sie hatte nämlich bei dem anderen... Die hatten beide schon eine Arbeit. Und ja. Deshalb... Gut. Ey Cookie. Tu mal nicht so rumfetzen. So. Du kannst jetzt mal hier reingehen und da spielen. Und du kannst mal Abendessen servieren. Macaroni mit Käse. Mach mal einen Herbstsalat. Haben die zwei auch Hunger? Oh, die haben auch Hunger. Dann gehst du jetzt nicht zum Spielen. Ups. Nicht spielen. Du gehst... Äh. Na, füllen. So. Füll. Okay. Und du? Wir haben letztens schon festgestellt hier... Dass das... Oh, wir brauchen einen Kratzbaum. Das wollten wir noch. Hier hingehen. Hier hingehen. Weil hier... Der Terry tut nämlich liebend gerne... Kratzen. Der ist die Kanzel am Kratzen. Wirklich unglaublich. So. Du, meine kleine Dame... Kannst aus dem Napf jetzt mal fressen. Und wir kaufen jetzt mal noch einen Kratzbaum. 464. Mal gucken, was da rausspringt dabei. Ich glaube, das wird eines der ersten Dinge sein, die ich besorgen werde. Was ist das? Wandtänze. Ja. Dann halt nur den günstigen... Dann halt nur den günstigen... Schwarz. Braun. Dann mal den da. Okay. Oder stellen wir das woanders hin? Stellen wir ihn hier hin? Dann kann man da noch irgendwann ein Tischchen hin machen. So. So. Komm mal hier. Mach mal kratzen. Mach mal kratzen. Sie tut das schön. Okay. Ich bin ganz zufrieden. Sie spielt da irgendwo in die... Sie spielt draußen? Nicht ihr Ernst, oder? Kann sie jetzt nicht im Zimmer spielen? Wohin geht die? Wow. Betty, du bist so Rock'n'Roll. Ey, du bist so krass. Erstmal draußen spielen, ne? Na gut. Na gut. Okay. Okay, jetzt hörst du auf zu spielen und jetzt nimmst du dir... Upsa. Nicht Essen klauen. Hör auf zu spielen. Äh... Teller nehmen. Sie isst da schön. Okay. Und danach kannst du... Wieder mal Spielzeug holen. Erst schon wieder... Was macht er? Auf Bett schlafen. Nein, du sollst zuerst hier dann... Aus Napf fressen. Weil sie dann mal fertig wäre. Ah, jetzt ist sie fertig. Sie ist auch fertig. Oh, jetzt... Gibt's da Differenzen? Was jetzt? Hallo? Ist sie das jetzt? Ja. Jetzt halt. Okay, und du? Schnell Pause machen mal. Was? Du kannst mal... Du kannst mal... Lesen. Steckkürzchen kochen. Du kannst mal ein bisschen kochen lernen noch. Und dann könnt ihr vielleicht einfach auch schon ins Bett gehen. Oder so. Warum nicht? So. Okay. Okay, okay. So, Mietekatze. So, was macht sie? Sie ist da noch. Könnten wir mal ein bisschen hinzoomen. Okay. Du tust es jetzt aber schon wegräumen. Ah ja, tust du. Sehr brav. Dann kannst du die Reste wegstellen. Damit das gut bleibt. Der Terry kann danach... Oh, ihr seid beide sehr müde. Du kannst dann schlafen. Und du kannst hier mal spielen. Ah, sie ist müde. Okay. Was? Nicht ihr Ernst. Jetzt noch? Okay, dann, äh... Mach mal... Barsch begrüßen. Okay, ist ein bisschen spät, aber gut. Nein, nicht begrüßen! Oh Gott, ich bin doch so doof. Oh Gott, ich dachte, die heißen so. Ich dachte, die heißen Barsch. Gruppe gründen. Freundlich. Kennenlernen. Und dann du auch noch. So. Freundlich begrüßen. Oh Gott, ich bin doch schon so ein kleines Arschgesicht. Tut mir leid. Wollte ich nicht. Wir machen hier mal eine Lappe hin, damit wir besser sehen können. Damit wir das Ganze... Ich spare mir jetzt einen... Sprechen... Nein, ich sag lieber nichts. So, ähm... Bandlampe. Für draußen so. Lichterfrischer. Irgendwas für draußen. Was auch nach draußen passt. Ähm... Bandlampe. Und was vielleicht günstig ist, also sollte ich vielleicht einfach das erste, erstbeste nehmen. Ja. Passt vielleicht nicht so ganz. Nach so draußen. Kann ich da nichts? Oh. Meine Katze macht gerade, glaube ich, im Schlafzimmer die Tür auf. Aber sie ist zum Glück zugesperrt. Okay. Gut, dann kann ich einfach weiterspielen. Ja. Und das ist so. Was ist das? Okay. Kennenlernen. So. Gucken wir die mal an. Hier der da, dieser langen Haartyp. Der könnte doch schon als ihr Ex durchgehen. Hier, Russell... Russell... Dingsbums. Ist doch bestimmt voll ihr Beuteschema, oder? Von den Haaren her passen sie auch schön zusammen. Du bist müde plötzlich, aber kommst um irgendwann halb zehn noch vorbei, äh, halb elf, um noch, äh, ja, weiß nicht. So. Spezialfreundlich. Von Katzenschwärm. Nein, besser nicht. Jetzt werde ich angerufen. Einen Moment. Allein. Kann ich mir da gehen. Vestivalent. Mit mir 옷 und det courttitisch. Und auch ein bisschen.